Herzlich Willkommen! Hier ist User Paul mit dem Thema, mit GIMP ganz einfach Pfeile erzeugen. Wenn man in Bildern etwas erklären möchte, helfen Pfeile doch ungemein. Bisher habe ich immer noch recht mühsam Striche in Bilder gepinselt, die dann irgendwie irgendwo nach Pfeile aussahen. Klar, man könnte ein transparentes PNG nehmen. Allerdings ist das mit den Farben dann recht eintönig und manchmal käme auch weiße Adler auf weißem Grund heraus. In der GIMP Registry gibt es ein Skript, mit dem man sehr einfach Pfeile erzeugen lassen kann. Farbe, Größe und so weiter kann ich selbst wählen. Zunächst einmal lädst du dir die Datei arrow.scm aus der GIMP Registry herunter, anklicken Datei speichern, dann landet die im Ordner Downloads und zwar hier. Da ist die Datei. Diese SCM Datei kopierst du in den Skripte Ordner deines GIMP Ordners. Also Datei anklicken und kopieren. Bei mir liegt der Ordner im Home Verzeichnis im versteckten Ordner Punkt GIMP minus 2.8 Schrägstrich Scripts. Versteckte Ordner und Dateien kannst du auch im Dateimanager anzeigen lassen. Unter Nemo und Nautilus wäre es das Tastaturkürzel STRG plus H. Wir Konsole kopieren geht natürlich auch. Also erst mal versteckte Dateien anzeigen lassen. Mit Ansicht verborgene Dateien anzeigen. Dann in den richtigen Ordner gehen Punkt GIMP minus 2.8. Dann Skripte und dann einfach Datei einfügen. Das ist hier schon der Fall. Also mache ich ersetzen. GIMP dann neu starten. Menü, Grafik und GIMP Bildbearbeitung anklicken. Damit das Skript bei mir dann auftaucht. Du findest es unter Werkzeuge und dann hier unten ist das Tool Error. Der Workflow um einen Pfeil erzeugen zu lassen ist. Einfach öffne eine Datei. Datei öffnen. Zum Beispiel mal hier. Ja, zum Beispiel mal diese Datei öffnen. Und dann wähle das Pfad Tool aus. Das geht auch wenn du die Taste B drückst. Und zwar ist dieses Tool hier. Einfach drauf drücken oder Taste B drücken. Danach klickst du zweimal im Bild. Erster Klick ist die Feierspitze und der zweite markiert das Ende. Okay. Also erster Klick und zweiter Klick. Wählen wir nun Arrows aus dem Tool. Danach öffnet sich folgendes Fenster. Also Werkzeuge, Arrow. Dieses Fenster öffnet sich dann. Den Pfeil konfigurieren. Hier kannst du Größe, Spannweite, der Spitze und so weiter einstellen. Weiterhin kannst du bestimmen, ob sich der Pfeil als neue Ebene einbinden soll. Sogar ein Pfeil mit jeweils einer Spitze an den Enden ist möglich. Nun klickst du nur noch auf OK und GIMP erzeugt dir ein Pfeil. Als Farbe wird die Primäre oder Vordergrundfarbe verwendet. Und OK. Und da ist der Pfeil. Das ist eine sehr einfache und schnelle, angenehme Art Pfeile mit Hilfe der Open Source Bildbearbeitung GIMP zu erzeugen. Mit den Einstellungen des Arrow Scripts muss man etwas spielen, um seinen eigenen Geschmack zu befriedigen. Das war User Powerful mit dem Screencast. Ciao und viel Glück. Das war User Powerful mit dem Screencast. das war User Powerful mit dem Screencast. Das war User Powerful mit dem Screencast.